Mit der nächsten Einatmung hebst du den Rundstab über deine Scheitelkrone, mit der Ausatmung zentriere dich und für den Stab langsam wieder zurück. Sehr schön. Einatmen, zähl bis 5, zieh den Stab auseinander, weite dich. Ausatmen, zentriere dich, Rippenbogen, Bauchnabel, Beckenboden. Sehr schön. Einatmen, ziehen wir den Stab auseinander, führen ihn über den Kopf. Ausatmen, schieb zusammen, Rotation über die linke Seite. Richtig schön verbringen. Einatmen, hoch, Schultern weich, Ausatmen, Powerhouse und rum. Und dann, wenn du dich zentrierst, schiebst du wieder ein bisschen den Stab zusammen, hebst den Bauchnabel, den Beckenboden, den Scheiden, Innenwandmuskel, Hodenhebermuskel fest an. Einatmen, wieder lösen, Kopf, Arme, Schultern weich. Ausatmen, wieder zentrieren und stark nachspannen. Einatmen, lösen letztes Mal.